Hallo, Reinigen der Jura Z6 mit AmbiClean Milchschaumreiniger. Wir brauchen 25 Milliliter, das wird dann verdünnt, da drückt man hier drauf und dann steigt die blaue Flüssigkeit hier in den Trichter oben in den Behälter rein. Da kann man das auch super ablesen. So, 25 Milliliter. Die kippt man dann hier außen in diesen Rand. Gut, das ist zweigeteilt, das Brötchen. Stellt man hier drunter, drückt den Auslauf runter. Hier steht jetzt Milchsystemreinigen in dem Display. Drückt man hier drauf, muss es noch mal bestätigen, dass das zwei Minuten dauert. Dann fragt er noch mal, ob man den Reiniger eingefüllt hat und ob man den Milchschlauch verbunden hat und dann kann es losgehen. Und diese blaue Flüssigkeit, die wird verdünnt, die Maschine pumpt jetzt erst Wasser in diesen Behälter rein, wo wir schon die Flüssigkeit drin haben. Genau, daneben sieht man das jetzt, da kommt das Wasser raus. Und wenn sie das verdünnt hat, dann zieht sie dieses Gemisch durch die Maschine und lässt das am Schluss in der Mitte in diesen runden Ausfluss rein. Und das ist dann das Abwasser. Eigentlich muss man das jeden Tag machen mit diesem Milchsystemreinigern, damit es nicht ranzig wird in der Maschine. Tschüss! 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 Vielen Dank.